So, hier sind wir an der Rezeption. Hier ist direkt der Eingangsbereich vom Aquaviva. Hier ist die Rezeption. Alles super freundliche Leute. Und ja, da geht es dann ins Hauptrestaurant hier vorne. Und wenn ihr mehr sehen möchtet, wie das Hauptrestaurant und die anderen Sachen, die es hier in der Anlage gibt, einfach auf Gefällt mir für Reisebüro Feller drücken oder unter www.feller.de nachschauen und dann seht ihr hier die anderen Highlights von der Anlage. Super schöne Anlage, total gepflegt. Super, super sauber und die Zimmer wirklich traumhaft schön.